Was ist das denn hier? Irgendwie so ein Kühlding oder was? Vorsicht, heißes Wasser! Zum Aufreden mit dem Hammer den Schalter betätigen. Ich hab keinen Hammer. Wasser hab ich auch keins mehr, ne? Ach, das ist doch scheiße. Na gut, auf jeden Fall das muss ich mir grad aufschreiben. Ich werd mir jetzt hier Notizen machen. Damit ich das hinkrieg, möglichst viel zu holen. Und zwar, ich schreib einfach mal Hölle. Was sieht hier aus wie die Hölle? Hölle, äh, geradeaus Blume gießen. So. Falls ich nämlich jetzt nicht an Wasser kommen sollte. So. Dann machen wir das hier oben, weil das sieht irgendwie kürzer aus. was ist das? Haben wir schon grün? Ne, grün haben wir nicht. Uff. Ah, was ist denn mit dir los? Ah, was ist denn mit dir los? Willkommen in der Bergwerksstadt. Schade nur, dass sie zu ist. Die bösen Schweine haben abgeschlossen. Die Tür geht nur auf, wenn wir das Feuer an der Kette löschen. Hä? Okay. Die Frage ist, wie löschen wir das? So. Gehen wir erstmal in diese Richtung. So, wie kommen wir da dran? Das würde mich mal gerne interessieren. Ah! Guck mal. Ich will jetzt eigentlich noch gar nicht nach unten. Hör mal. Zum Schlafen? Ha. Hallo. Wo bist du hin? Stirb. Da kommen wir so nicht dran. Oh, das geht so nicht. Hm, das geht so nicht. Wie kommen wir an den Klumpen dran? Hm. Ja gut. Dann gehen wir erstmal nach unten. Wie komme ich denn da dran? Ich möchte gerne an das Flüchtchen dran. Was ist denn hier? Was? Wo? Okay. Guten Tag. Hm? 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 Okay, ich hab alle... Finger... Das Loch warf ich aber vorher noch nicht mehr. Okay. Da unten kommen wir wohin? Da ist nix. Äh... Achso, Moment. Ah. Okay, dann hätten wir den einen schon mal... ...kaputt gemacht. Und ich geh jetzt einfach mal... Was ist das denn? In deinem Zustand kannst du hier nicht durch. Na gut, dann ähm... Bahneingang. Was? Die Frage ist, wie kommen wir an den anderen... ...an den anderen Eingang... ...also an den anderen Ding, wo wir dran ziehen müssen. Ich würde jetzt gerne noch mal... Das tut mir leid. Ich würde jetzt gerne noch mal hier ein bisschen rum... ...stolzieren. Und gucken... ...ob wir nicht noch an den anderen... ...an das andere Ding dran kommen. Weil das hängt da irgendwie einfach nur so in der Luft. Aber vielleicht sagt uns ja der Typ, wie wir da dran kommen. ... 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 Das war dann doch einfacher als gedacht. Ziehen und Öffnen! Na gut. Hast du noch eine Belohnung für uns? Dank euch können wir wieder nach Hause. Danke! Bitte! Da hinten im Hintergrund ist so eine Schweine... ...Station. Wir haben nicht viel zu bieten. Aber bitte bleibt, solange ihr wollt. Hi, Gran. Lang nicht gesehen. Ja, hallo Zippo! Mir geht's gut. Endlich gehen die Maschinen in der Stadt wieder. Zum Glück. Jetzt müsste Tabbys Tür aufgehen. Wer ist Tabbys? Wer ist Tabbys? Tomby, komm! Wir gehen zu Tabbys. Geradeaus die zwei Treppen rauf und dann durch die rote Tür. Okay. Auf zu Tabbys Haus. Geradeaus. Treppen hoch. Eigentlich muss ich ja auch wieder in die Stadt. Tschüss! Können wir da drüben hin? Oh, gehen wir mal in die Bergwerksstadt. Hört sich auf jeden Fall angenehmer an als Bahneingang. Ja, da dürfen wir bestimmt auch noch hin. Oh, wir können uns komplett frei bewegen. Da ist ja... Boah! Erstmal abspeichern. Und wir haben unten rechts eine Karte. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Nein! Scheint dann wohl doch ein bisschen umfangreicher zu sein in die Stadt. Habe ich jetzt... Keine Ahnung. Ich speichere glaube ich jetzt einfach nochmal. Ich glaube, ich habe gerade eben schon mal gespeichert. So. Und das Ding ist... Ich muss mal da hin. Hab ich vergessen für wen. Ich kann nicht nicht mehr wissen, dass es nicht mehr ist, wie ich auch in die Stadt. Dann muss ich mal da hin. Es wird das Ding aufhören. Es war noch Fehl-Alarm, ich warte nämlich nachher auf ein Päckchen, beziehungsweise Dennis wartet auch ein Päckchen. Und, ähm, Alter, was ist das für eine Mucke? Ich muss mir mal gerade nochmal die Zeit aufschreiben, damit ich das wieder rausschreie, Alter. So, was ist das? Können wir da rein? Ne, das sind, glaub ich, nur so Türen, also so Fensterteile. Tja, unten sind wir. Kamera. Können wir nicht... Was ist denn mit dir? Endlich können wir in die Häuser. Ach, super, dafür. Wegen den bösen Schweinen können wir nicht unter die Rohre. Unter die Rohre. Haha, wir kriegen also noch irgendwas. Hoffentlich ist da alles klar. Wir kriegen also noch irgendwas, womit wir an den Rohren klettern können, so wie sich das anhört. Okay, dann machen wir erstmal hier hinten das. Beziehungsweise erstmal hier diese unteren Abteil. Oh, der hat einen gebrochenen Arm. Und Kopf und Handgelenk. Hey, Reisende. Hä? Hä? Autsch. Ah, wie blöd. Ich hab mich im Bergwerk verletzt und kann nicht mehr laufen. Mein Sohn hat von etwas gehört, dass Verletzung schnell heilt. Er sucht danach. Aber er ist schon lange weg. Ich weiß. Wenn ihr meinen Sohn seht, schickt ihr ihn bitte heim. Ich mache mir Sorgen. Okay. Gesehen haben wir den aber noch nicht. Wahrscheinlich wird er irgendwo unter den... unter den Rohren hängen. Ab nach draußen. So, das erste Haus wäre schon mal abgehandelt. Jetzt kommen wir hier ins zweite. Großer Schuppen. Oh! Ich will wieder Bahn fahren. Schön. Aber hier kommen wir anscheinend direkt in alle rein. Seht mal, mit diesen Bomben können wir alles sprengen. Weil sie so gefährlich sind, lagern wir sie hinten bei den Rohren. Die Tür geht nur mit einem Hammer auf. Ist das das, wo ich eben schon mal war? Mit dem heißen Wasser? He-Man? Nee, kein He-Man. Ich verstehe diesen Scha... Schaffenstrieb einfach nicht. Dafür brauche ich wohl einen Tonspachtel. Ein Tonspachtel? Wofür das? Was? Wo mag er sein? Hm. Den letzten Topf, den ich gemacht habe, hat der Kumpel im Haus gegenüber. Tonspachtel verloren. Okay. Das war mal sehr merkwürdig, auf jeden Fall. So, dann hätten wir Ditte. Dann müssen wir mal mit ihmchen hier reden. Ach, das ist der Hammermann. Die Möwen in der Stadt der Fischer bekommen ihre Farben als Küken. Wir haben auf jeden Fall irgendwas, um Küken zu füttern. Wie ist das? Komische Lampe. Wir können hier übrigens auch nicht springen. So, dann gehen wir mal hier rein. Hier müssen wir eigentlich den Tonspachtel kriegen, oder? Was meinst du? Ein toller Topf, oder? Ein Meistertöpfer aus der Stadt hat ihn mir vor langer Zeit gemacht. Oh. Dieser Glanz und die Form. Er ist toll. Ups. Ich muss weiter arbeiten. Nicht anfassen. Ja, ja.